Dieses Jahr ist die spanische Hofreitschule in die Liste der immateriellen Weltkulturerbe der Menschheit aufgenommen worden. Es wäre also ein erfolgreiches Jahr für die Lipizzaner und ihre Geschäftsführerin Elisabeth Gürtler, wären da nicht ehemalige Oberbereiter, die harte Kritik üben. Die Qualität gehe verloren, falsche Trainingsmethoden würden den Pferden schaden. Christoph Benders hat recherchiert, was hinter den Vorwürfen steckt. Hanna Zeitelhofer ist seit 2008 Elevin an der spanischen Hofreitschule. Sie und ihr Hengst Sigla Vipadosta sind ein eingespieltes Team. An fünf Tagen pro Woche werden die Lipizzaner in der sogenannten Sommerreitbahn trainiert. Vor den Augen von bis zu 100 zahlenden Touristen pro Tag, zusätzlich zu Tourneen und Vorstellungen. Damit sie diese Leistung bringen können, wird den edlen Hengsten der Hofreitschule ein Verwöhnprogramm geboten, das an den Luxus in Wellnesshotels erinnert. Ein Programmpunkt, das Solarium zur Entspannung der Muskeln. Nach getaner Arbeit können die Hengste in einer eigens angeschafften Schrittmaschine noch mehr oder weniger ruhig austraben. Die Hofreitschule ist eine Institution, gehört zu Wien wie Stephansdom oder Tafelspitz. Elisabeth Gürtler, langjährige Geschäftsführerin des Hotel Sache in Wien, ist seit 2007 für die Geschicke der spanischen Hofreitschule verantwortlich. Selbst begeisterte Reiterin war sie 1979 Vizestaatsmeisterin im Dressurreiten. Die Geschäftsführung der spanischen Hofreitschule ist für sie auch Herzensangelegenheit. Es ist natürlich ein Teil dieses imperialen Erbes, das müssen wir einfach zugeben. Aber es ist auch das, was rein emotional bei der Reiterei auf Besucher ausstrahlt. Das ist diese Harmonie, das Gefühl der Eleganz. Das spricht Sinne an, die man wahrscheinlich, wo den Menschen gar nicht bewusst ist, was ihm gefällt. Er ist einfach von etwas umgeben, was schön ist. Ästhetik. Im Juni wird der spanischen Hofreitschule eine besondere Ehre zuteil. Die feierliche Aufnahme in die UNESCO-Liste der immateriellen Weltkulturerbe. Es ist der zweite Anlauf, bei dem es schließlich klappt. Lipizaner, die jetzt auch im Burggarten vorgeführt werden, solche Programmpunkte zeigen einen Rückgang an Qualität, meint der Verein Freundeskreis der klassischen Wiener Reitkunst. Für Vizepräsident Karl Friedrich Habel hat das Institut schon bessere Zeiten erlebt. Kommerz. Das Geld wird klarerweise durch alles verdient, was nur möglich ist. Man wird sich nicht entblöden, alle Veranstaltungen dort zu machen. Ich warte ja nur, dass noch Mozart-Kugeln verteilt werden an die Besucher, damit sie das Gefühl haben, ja jetzt sind wir in Wien und jetzt ist alles bei bestens. Die Sängerknaben singen ja ohnehin schon und die Philharmoniker spielen auch schon mit. Es ist zum Kotzen. Elisabeth Gürtler verweist darauf, dass die Hofreitschule seit 2001 privatisiert ist und kein Geld mehr von der öffentlichen Hand bekommt. Trotzdem müsse ein klarer Gesetzesauftrag erfüllt werden. Wir haben die klassische Reitkunst in ihrer Tradition weiter zu pflegen. Wir haben die Rasse der Lipizaner zu erhalten. Und wir müssen für den Bund hier repräsentative Aufgaben übernehmen. Wir versuchen all das unter einen Hut zu bekommen. Das ist nicht ganz einfach, weil trotz dieses Gesetzesauftrags haben wir, im Unterschied zu anderen Kulturinstitutionen, keinen finanziellen Ausgleich zu den Pflichten, die wir übernehmen müssen. Daher müssen wir schauen, dass wir das irgendwie alles schaffen. Es gäbe zwar mehr Vorführungen, aber auch mehr Hengste als früher. 104 statt ehemals 72. Außerdem machen die Pferde dreimal pro Jahr für mehrere Wochen auf dem niederösterreichischen Heldenberg Urlaub. Klaus Krisch, hier mit seinem Anwalt, war jahrzehntelang erster Oberbereiter in der Hofreitschule. Heute ist er ein scharfer Kritiker. Nach Auseinandersetzungen mit Elisabeth Gürtler wird er 2008 in Frühpension geschickt. Krisch klagt die Hofreitschule und gewinnt. Zurückgenommen wird er nicht, steht aber weiterhin auf der Gehaltsliste. Er bekommt jede Vorstellung samt Prämien ausbezahlt, ohne selbst daran teilzunehmen. Zeit für Kritik, etwa an den Bereitern, hat er viel. Früher waren wir eine Einheit, jetzt gibt es natürlich schon zwei Gruppen. Das ist eine Gruppe, die eigentlich so quasi aufgegeben hat, sich da einzumischen. Denn früher war es so ein falsches Wort und man war aus der Schule heraus. Und die zweite Gruppe ist eigentlich die, die reiterlich sehr schwach war. Und jetzt in einer Position ist natürlich, die sie nicht aufgeben wollen. Und das Blaue vom Himmel runterreden. Hanna Zeitelhofer sieht das nicht so. Sie gehört zur ersten Generation an Frauen in der spanischen Hofreitschule. Ein Novum in einer militärischen Tradition, eingeführt von Elisabeth Gürtler. Ich kann zu jedem kommen und es ist alles sehr offen. Es hilft einem wirklich jeder. Also du kannst jeden um Hilfe fragen, gerade wenn du ein eigenes Pferd zum Ausbilden hast, ist es ganz wichtig, dass du zu jedem kommen kannst. Weil jeder hat natürlich seine eigenen Sachen, Tipps, die er dir geben kann. Auch wenn alles grundsätzlich dasselbe ist. Aber es gibt trotzdem so Feinheiten, wo jeder ganz besonders gut darin ist und den kannst du auch fragen. Das alles ändere nichts an der Tatsache, dass es den Pferden nicht gut gehe, sagt Karl Friedrich Habel. Nicht artgerechte Haltung in den Boxen, zu viel Lärm bei Veranstaltungen und die sogenannte Rollkur. Gewolltes Herabziehen des Pferdekopfes durch die Zügel, um die Beweglichkeit zu fördern. Das Pferd beißt sich förmlich in die Brust. Diese Fotos sind Karl Friedrich Habel zugespielt worden. Für ihn der Beweis für Tierquälerei. Er erstattet Anzeige. Wenn ich einen Ballettdänzer, den ich ausbilde, um einen Solodänzer heranzuziehen, kann ich ganz sicher ihn nicht mit zusätzlichen Gewichten belasten. Ich kann ihn nicht in eine Haltung zwingen, die nicht aus der Gymnastik und aus seiner Gelenkigkeit entsteht. Und ich kann von ihm nicht verlangen, dass er wieder seiner Veranlagung zu etwas gebracht wird, was er ganz einfach nicht zu Wege bringt. Das ist ein Bild aus dem Stand. Das ist nicht in der Bewegung. Das ist eine Momentaufnahme, wo er dieses Pferd nach rechts abbiegt. Aber das hat mit Tierquälerei nichts zu tun. Sondern er versucht hier die linke Seite des Halses zu dehnen. Ich glaube, die Magistratsabteilung wird, wenn diese Anzeige berechtigt ist, der nachgegangen sein. Und wenn sie nicht berechtigt ist, sie wird er so als nicht maßgeblich fallen gelassen haben. Wir fragen bei der zuständigen Magistratsabteilung nach. 2015 sei tatsächlich ein Verfahren mit der Spanischen Hofreitschule anhängig gewesen. Aber da die in der Anzeige enthaltenen Vorwürfe von der MA60 als Amtssachverständige Dienststelle nicht als Übertretungen tierschutzrelevanter Bestimmungen qualifiziert wurden, ist das Verwaltungsstrafverfahren eingestellt worden. Karl Friedrich Habel und der Freundeskreis der klassischen Wiener Reitkunst geben nicht auf und beharren auf ihren Forderungen. Wo man ansetzen müsste, um dort hinzukommen, wo wir waren. Die Reitkunst, die klassische Kunst des Reitens, als einzige Institution der Welt noch zu haben, beziehungsweise vielleicht noch retten zu können. Wir sind zur Zeit nicht unbedingt glücklich in unserer Beurteilung. Wieder eine Geschäftsführung, die vom Pferden was versteht und dementsprechend handelt. Ich hoffe, dass unsere Pferde sich weiterhin wohlfühlen, dass wir ihnen vielleicht in Zukunft noch mehr bieten können, was für ein Pferd wichtig ist und dass wir dem Pferd noch mehr Zeit am Heldenberg geben können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017